Olivia, er presst dich schon wieder? Warum macht sie das, ne? Du bist doch immer der Einzige, der noch zu ihr hält, wenn sie mal wieder irgendeine Scheiße gemacht hat. Genau deswegen habe ich ihr ja klar gemacht, dass es so nicht mehr läuft. Ich habe Lars schon alles gesagt. Und? Na ja, Peter, deswegen bestimmt kann schon die Hölle heiß machen. Oli, du hast genau das Richtige gemacht. Oli, wir brauchen nicht glauben, dass sie mit jedem Mist durchkommt. Aber was ist mit dir, wenn sie jetzt wirklich jedem erzählt, dass wir zusammen sind? Na ja, das Timing ist eher suboptimal, so kurz vorm Kampf. Tut mir leid, aber ich konnte einfach nicht mehr länger die Klappe halten. Ich hätte es doch genauso gemacht. Und außerdem, wahrscheinlich ist ihr Erpressungsversuch eh wieder nur heiße Luft. Hoffentlich hast du recht.